Die in dieser Rubrik genannten Kartons sind Postkartons der Farbe Braun. Die in der Tabelle genannten Abmessungen sind Innenmaße und beziehen sich jeweils auf die Länge, auf die Breite und Höhe innen. Die Kartons werden flach angeliefert und müssen von ihnen zusammengebaut werden. Die Belastbarkeit der Kartons beträgt ca. 20 Kilo. Bitte beachten Sie die Verpackungseinheiten, die in der Spalte VPE genannt sind.